Ping Pong 3 Für diese Spielform benötigen wir ein Spielfeld von 30 Metern Breite und 20 Metern Länge. Platzieren Sie im Zentrum des Spielfeldes ein Hütchentor und postieren Sie darin einen neutralen Spieler. Wir spielen im 4 gegen 4. Ziel ist es, den neutralen grünen Spieler im Hütchentor von beiden Spielfeldhälften aus anzuspielen, ohne dabei den Ball zu verlieren. Der Grüne darf dabei nur direkt spielen. Der Grüne darf dabei nur direkt spielen. Der Grüne darf dabei nur noch verlieren, ohne dabei den Ball zu verlieren. Wir fragen, bis wir in der Rückseite station in denatique thìg niemals ist. Bis zum nächsten Mal.